Ich glaube es funktioniert, ja. Hoffe ich. Schauen wir mal. If it works or not. Please tell me it works. Please tell me it works. Schaut gut aus, ne? Na gut. What do we call the world? Seat. 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 Seat K. Seat. Neue Welt, ja. Stellen. Ja. Du-du-du-dum-du-dum. Du-du-du-dum-du-dum. Du-du-du-du-dum. Waa. Uuu. Kilido. welche richtung könnte interessant sein ich brauche erstmal die holz oder so was ich muss oder soll ich ich glaube ich packe meine custom music rein dass ich sie habe was habe ich dir so keine ahnung der klassiker warum würde ich auf jeden fall gewinnen ich weiß doch nicht wie das geht aber ich würde es gewinnen weil ich pk bin ich bin okay irgendwie mag er gerade nicht wirklich ja gut 17 chance übertreib auch mario paint was das Das schaut sehr instruktabiler Wo ist der? Wo ist der? Er war gerade da Da war er gerade Blöder Enderman Okay, wo ist heute? Oh, hi Ich kill dich Ich habe einen Fehler gemacht Einen ganz großen Ab ins Wasser mit mir Ich glaube er ist weg Hoffentlich zumindest Na gut Ich sollte mal Steinen suchen Ist besser wenn ich mal ein bisschen Steinwoll Vielleicht finde ich Kohle Oder so Da bin ich krank und sing den Kohle-Song Da muss ich Schrank Schrank aus dem Schrank Krank aus dem Schrank holen Ja Okay Ich glaube ich habe genug Mir erstmal irgendwie so eine nette Spitzhacke oder sowas zu machen Dann mach ich mir gleich noch Steckchens Mach mir gleich eine Axt Schwert Wieso hab ich mir ein neues Schwert gemacht? Sag mal bin ich dumm? Ja ich bin dumm Ja ich bin dumm aber Sag Gut Steinschwert Komm weg Ja die können die Kohle so Chorisch begleiten Das wäre nice So Okay Der Berg Der Berg Der Berg schaut episch aus Da will ich jetzt hin 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 I want to the mountains Ah Looks interesting but no No Just no Oh ja Schaffleisch gehts ja jetzt Aber mich interessiert jetzt gerade eher die Wolle für das Bett Und das Fleisch ist zunächst halt anscheinend Mann Okay Einfach alles hier abschlachten Ist das hier ein Kiesberg oder wat? Giesberg Giesberg Ist ja richtig Giesberg hier sehr heftig Hat aber nen netten Überblick über die Landschaft hier Schaut nett aus Ah ich seh ne Höhle Schauen wir mal was da ist Da ist nix und Well this looks interesting Oder auch nicht Yay Lichtbox Als hätte ich nicht schon genug von denen gesehen damals im Krieg Ja Hey ne Du laufst auch immer mit Hühnchen in der Hand rum Gib's zu Ich hab sogar ein Beweisbild Du musst es dir nicht vorstellen du musst es einfach nochmal machen was ich sehe schon täglich fast schon Ah Risky Kohle Das ist was ich mag Ich hab doch mal die Wolle benutzen Doch ich hab Soll ich's photoshoppen nochmal? Einfach so handy mit dem Füllchen mit der Hand Oh ich bin wieder hoch EWONT UP AGAIN. Oh, ich hab Erde. Wo hab ich dann die Wolle, bitte? Egal. BONNIE! Okay. Äh... Mal dran. Nö. Los, da hoch, da hoch, da hoch, da hoch, da hoch. Bald sind wir ganz oben und da. Die Hälfte gibt es so oben noch, oder? Hm. Ja. Kolechka. Sag mal das in Russland so. Kolechka. Hm. Ja. I want... To live up there. But it's too tiny. Das hier einfach mal Eis ist läuft. Äh... I want out. Was ist das? Was bitte ist das? Was bitte ist das? Schaut auf jeden Fall interessant aus. Hm. Hier scheinen Höhlen zu sein anscheinend. Au. Okay, das, das ist Glück. Das müsst ihr zugeben, das ist verdammt nochmal Glück. Einfach Eisen oben zu finden. Und Kohle gleich daneben. Ja genau. Now that's what I want. In meinem Eingriff. I want that. I want it much. Was? Henni hat ein Leben? Krass. Das hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, Kohle auf Russisch heißt einfach schwarzer Wodka. Oder Kohlenwodka. Oder Kohlenwodka. Oder Kohlenwodka. Wird hinkommen. ... Es wird dunkel. Hm. Lead wechseln? Ja kann ich machen. Was haben wir denn hier so? Ja, kann man machen. Can be made. Oh ja, 4 of dark kann ich auch noch machen. Nachdem. Ja erstmal ein bisschen Wupp Wupp Dubstep intro. Wie viel Kohle hier einfach ist, ist doch nicht mehr normal ey. Okay, es wird dunkel, ähm. What do- Alter, wie schnell es nicht dunkel wird, weg hier. Ähm, nope. Okay. Okay. Äh, das Texture Pack heißt, also das ist so eine Mischung aus Facts, Garage, BDCraft und Live. Natürlich, diese Auflösung kann man mal machen. Lässt sich machen. Und ja. Ich find's nice. Äh. Äh. Ja. Also, braten wir einfach mal das Fleisch, was wir haben und dann noch das Eisen. Ich glaub, das sollte uns genug Zeit für die, durch die Nacht durchgeben. Und wenn nicht, dann weiß ich nicht, was ich mit meinem Leben tue. Und du ver! Ja. Einiger! Malas Chines!